Ja, mo mo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Hallo 5 und hier komme ich gerade nicht hoch. Wir müssen ein Terminal aktivieren heute und das befindet sich da ganz hinten. Ja, ganz hinten bin ich natürlich da ganz hinten vorne. Zugriff auf Terminal. Habe ich Ihnen gestattet, hier herum zu schnüffeln? Ihre Leute haben ein UNSC Schiff draußen bei der Apogee gesehen. UNSC bei Apogee? Warum treibt ihr euch überall auf meinem Planeten rum? Mit Ihrer Erlaubnis würden wir Sie das gern persönlich fragen. Auf dem Landeplatz der Meridian Station steht ein Frachtbellican. Damit kommen Sie am schnellsten nach Apogee. Das wissen wir zu schätzen. Das glaube ich Ihnen. Das nehmen wir dann an. Dankeschön. Das hier wird übrigens die letzte Folge, die ich heute aufnehme. Das heißt, das ist die aktuellste. Denn an diesem Tag, wo ihr diese Folge seht, kommt ja der neue Xbox-Controller raus. Und da wollte ich die nächsten Folgen für aufsparen, damit ich mit dem spielen kann. Okay, wir haben den Pelican geordnet und können da auch hin. Warte, nein, das war falsch. Verschlägt sich ganz gut. Hm. Hm. Ha, so. Habe es hingekriegt. Aber wir springen sehr, sehr weit. Die haben hier echt alles, ne? Und Goosies, kann ich damit fahren? Nein. Rein in den Pelican. Wurzeln der Erde. Mission 4 abgeschlossen. Wo sind die legendär, ähm, Erfolge? Naja, wahrscheinlich zum Schluss ein. Wir haben wohl eine Eskorte. Hätte mich überrascht, wenn nicht. Sloan ist nicht glücklich darüber, das UNSC hier zu haben. Die Dame hat recht. Mein Team ist da, um alles im Auge zu behalten, während wir uns umsehen. Nichts Persönliches, Spartans. Keine Sorge, Governor. Sobald wir unsere Ziele haben, sind wir schon wieder weg. Finden sie Team Blau. Was war das jetzt? Ich hab keine Ahnung. Wir haben irgendwas eingesammelt. Und wir schauen uns nach dem Meer um. Achso, umschauen, ja? Müssen ja nicht kämpfen. Oh, was? Wo? Stoppen wir seinen Ansturm. Governor, habe eben eine Nachricht von Thelianathan erhalten. Verliert seinen Verstand. Behauptet, er habe etwas im Gestein bei der Meridian-Station gefunden. Unbekanntes Material und viel zu groß, um von Menschen hart zu sein. Ich muss seine Daten erst überprüfen, aber ich dachte, ich gebe Ihnen schon mal Bescheid. Also doch. Also haben sie doch ein Artefakt gefunden, ja? Gut, das werden wir mal untersuchen. Ob das John sucht? Sucht John auch dieses Artefakt? Oh, wir sind ja schon hier. Oh Gott. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Wer beschädigt dich? Ich brauche Hilfe! Komm, ich komme sofort gleich. Gleich jetzt. Wusste ich, dass da noch ein paar Leute sind. Wir brauchen erstmal unsere Pistole und dann... Okay. Da habe ich den Kopf nicht überhaupt gar nicht getroffen. Und dann erst unsere... Ach so war das. Die MA. Manchmal vergesse ich immer noch, wie das schlagen geht. Eine Plasma-Pistole wäre echt nice, ne? Aber die Waffe gefällt mir mittlerweile auch. Also das Rebuild davon. Das ist... Das ist halt komplett anders. Wow. Okay. Schön gegen die Stange geworfen. Hier wird schon wieder eine Schrot angeboten. Wo ist sie? Ja, das ist eine MP. Ich auch. Einfach alles rein da und dann BÄM. Ja, BÄM. So viel... So weit so gut. Würde jemand? Ja, am besten der Halbbrote. Definitiv. Manchmal komme ich echt durcheinander mit dem ganzen Zoom. Ich mache das schon. Den extra Schild nehme ich sehr gerne. Boah. Was ist denn hier los? Oh. Dankeschön. Oh. Munition? Nein, nicht wirklich. Ah, wir können direkt Ziele anvisieren. Dann sollten wir zuerst die Krabbeler auf jeden Fall vernichten, oder? Ziehen wir mal direkt auf den da. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Man lernt halt wirklich die Waffen in der Kampagne gut kennen. Das ist schon mal nicht schlecht. Der Mensch ist ausgescheitert. Dein Leckmann. Ja, selber schuld. Ganz ehrlich. Okay. Wir sind also noch zu zweit. Ach, hier war die Schattkanzler. Ich verstehe. Aber die brauchen wir hier mittlerweile nicht mehr. Ach, wer ist denn da oben? Oh, dieser Krabbeler da im Hintergrund, ne? Diese Krabbeler. Wie sie nerven. Autofokus. Holy shit. Ist hier implodiert. So, höre ich Schüsse von links. Oh Gott, das war zu weit. Oh. So weit wollte ich gar nicht sliden. Oh. Wollte zum Geschütz ganz cool sliden, weißt du? Voll verkackt. Ähm. Fuck. Ich seh schon. Definitiv hasste mich. Okay. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen radikaler werden. Robitianer. Hälft es nur uns Leuten. Sie können kämpfen, sollten es aber nicht müssen. Brauche Hilfe. Die Panzerung blockiert. Hoch und weiter geht's, Lord. Okay. War natürlich alles geplant. War so eine Art Ablängungsmanöver. Ganz klare Nummer. Die haben die Pistole genervt übrigens. Man merkt das richtig. Die ist nicht mehr so präzise. Einfach auf jeden Fall getroffen. Panzerung beschädigt. Ja, danke für die Info übrigens. Gut, dass die Gegner so doof sind und mir sagen, dass sie, äh, uh, Probleme haben. Links neben mir ist ein Feind. Die DMA ist so präzise. Ich liebe sie einfach. Gibt einfach nichts Geileres. Ich meine, viele schwören auf die BA. Ah, klar, sie ist, sie ist allgemein stärker, aber nicht so präzise. Alter, ist der Pisser da hinten. Jedes Mal kriege ich so einen Headshot. Ja, Buck, ich kann dir jetzt leider nicht helfen. Ich? Nein, ihr. Jetzt habe ich sie alle in den Tod geschickt, ne? Für Buck. Aber egal. Ab links Manöver. Bam. Was für ein Krieg. Shit, 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 shit. Ich muss definitiv überleben. Die Jungs hier. Komm, komm zurück. Ach, Buck. Haben wir dich nicht gerade erst wiederbelebt? Oh. Na bitte, Mann. Alles klar. Von hinten? Spar deine Mulsion auf. Auf mein Zeichen. Auf, Mann. Überwach das Gewehr. Oh. Das war gerade der Kampf um Leben und Tod. Der wollte mich gerade killen, ey. Wer geht die Mulsion aus? Äh, wir sollten wieder zu BA wechseln. War die nicht hier irgendwo? Ähm, naja. Achso. Dann nehmen wir das. Das geht natürlich auch. Alle weg? Ich nehme die Granaten, nehme ich gerne mit. Ja, okay. Ey. Ist ja doch ein Geschütz. Nee, der hat so einen Nadelwerfer. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, die pomedianischen Waffen. Auf jeden Fall haben sie Verfolgerschüsse wie Nadelwerfer. Sind aber nicht so krass effektiv mit dem Explodieren. Aber trotzdem hauen sie ihr Schild sehr schnell runter. So, das zu dir. Noch einer. Ist das eine Schrot? Bist du irgendwie ein bisschen doof mit der Schrot vom Biken auf mich zu ballern? Okay, das war's mit der Munition. Wir sollten uns was anderes besorgen. Einfach alternativmäßig. Wir sind gesichert. Weiter geht's. Vielleicht finden wir eine Spur von Team Blau. Ja, John. Wo bist du? Kommt schon. Wir brauchen keine Phasen, die für uns kämpfen. Der attackt sich, dass wir in der Leid klarkommen. Nee, ich seh schon. Ich seh schon. Das ist ein Krabbler und die war ja fast dran kapiert. Die Munition war sowieso fast leer. Erlehr dich, die Prometheaner. Ich will mir den Prowler ansehen. Oh, zwei Springer auf einmal. Ein Beobachter beim Springer. Die haben die Waffe auch geändert. Die ist ganz seltsam geworden. Ein Beobachter. Ah. Der repariert ihn. Seht ihr das? Wir müssen zuerst den Beobachter töten. Die haben mich damals schon bei Halo 4 genervt, ey. Ach, Vale. So, das zu ihm. Aber jetzt reicht meine Munition nicht mehr. Wo willst du hin? Warten nur auf sie? Den unbestätigt deinen Gegner mit... Okay. Das hört sich auf jeden Fall nach. Hilfe! Holy shit, der wollte mich haben. Habt ihr das gesehen? Der hat nach mir gegiert. Ich komm mal an, ich komm mal an. Nein, die Waffe ist gar nicht mal so schlecht geworden, ne? Die haben, also die, die Waffen von denen haben jetzt Verfolgungsschüsse. Ich hab nichts mehr. Ich mach ja den Scheiß. Verstärkung, aufgepasst! Es wird knapp. Oh, ich hab mein Schild wieder. Alles wie geplant. Aber ich brauch Munition. Irgendwas brauch ich doch. Okay. Sie sind alle tot. Sie sind einfach alle tot. Und ich hab fast in den Tod gesprungen. Ich brauch irgendwie Waffen. Okay. Damit kann ich doch mit sechs Mal schießen. Äh, damit könnte man eventuell etwas reißen. Schauen wir mal, dass wir irgendwie wenigstens ein, zwei killen. Oder zumindest den Promethianer hinten. Der ist ja schon offen. Ist dein Ernst, Kleiner, oder? Du wirst mich jetzt nicht töten, oder? Der hat nichts am Munition. Ich vermute mal, dass hier oben irgendwo Munition liegt. Eine Präzisionswaffe würde hier ausreichen. Ach, du bist es nur. Oh. Das wird Promethianer. Ich will meine wertvolle Munition nicht für dich verschwinden. Näh. Okay, einfach aufpassen. Ich weiß schon, warum die Teams eingestellt haben. Weil, die Gegner sind echt hart geworden. Also alleine die hinzukriegen, äh, halte ich für ein Gerücht. Na, da hat er sich verpisst, ne? Was hab ich vermutet, dass hier etwas ist? Bin auf dem Weg. Wo ist er denn? Oh Gott. Da hat er mich verarscht. Was haben wir denn hier? Ein Riesenflugschiff. Oh. Was zum? Heute bei mir übertreibens? Mist. Aber ich hab hier, äh, Ternäcke habe ich hier bei mir. Dessen Namen ich immer noch nicht kenne. Aber ist ja auch egal. Es geht hier um mich und ich um sie. Das sind schon wieder diese Viecher. Oh, Vale, bitte nicht. Da kommt der nächste Idiot, ne? Ich hab hier meine Brasse aufgestellt. Anstatt erstmal die Gegner schnell fertig zu machen. Egal. Wir haben ja bestimmt einen, ja, Speicherpunkt. Wo alle tot sind. Aber egal. Das kriegen wir schnell geregelt. Einmal ein auf den, einmal ein auf den. Schnappen wir dir mal deine Waffe. Haben wir nochmal ein bisschen extra Muni. Okay. Ich muss nur ein bisschen aufpassen und dann sind sie tot. Easy going. Der ist ja total offen da hinten. Wenn ich nicht sofort abgesnipert werden würde. Wo ist er ja Meister hin? So, der Wichtigste ist weg. Ach. Kollege ist wieder da, okay. Das heißt, ich kann jetzt wieder ein bisschen mutiger spielen. Ein bisschen flankieren, Freunde. Kommst du hoch? Der Händen scheint auch irgendwo an der Zuseppe zu sein. Ich hör ihn. Ah, und ich seh, ich seh auch so ein paar Leute. Mhm. Ach, Mist. Wieso sind die Leute so dumm? Ich verstehe es nicht. Na egal, wir haben gespeichert. Ist ja alles in Ordnung. Den würde ich hier allerdings behalten. Ich würde sagen, diese Stelle ist dezent scheiße. Äh, wir sollten auf jeden Fall uns die Waffen schnappen und dann abhauen. Wo ist denn die anderen? Schäden die da ernsthaft da unten? Ich kann mich nicht verwegen. Sieht übel aus. Okay, schnappen wir uns unsere Waffen. Und sind dann erstmal weg. So, aber das war Beobachter Nummer 1. Das war Nummer 2. Da hinten kommt noch was. Ein Hauptmann. Ja, ich hab ihn schon gesehen. Ja, aber ich treffe den Typen da hinten nicht, ey. Okay, wie kommen wir da am besten hoch? Ah, ich seh schon. Tricky, tricky. Wenn ich nur so tricky wäre und er hochkommen würde. Wo ist der hin? Mein Kill. Ich bin voll Abstauber. Hier oben scheint ich recht sicher zu sein. Hab hier auch nochmal ein bisschen Munition für meine Waffe. Ja, sauber. Okay, ist hinüber. Laden wir nochmal kurz nach und holen uns mal die Muni hier noch. Tak, 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 tak. Ich weiß, wo du bist. Hydra heißt das Ding, ja. Gut zu wissen. Nein. Mach ich gleich, mach ich gleich. Ich bin noch auf Schädelsuche. Das Ding ist so unstabil. So, ein Versuch noch. Einen Versuch müsst ihr mir noch gönnen. Dann gucken wir mal, was wir da finden werden. Okay, ich glaube, auf der anderen Seite ist es auch, ne? Ja. Das wäre irgendwie so ein Zeichen. Von wegen. Guck mal. Blick auf die Daten des Prowlers werfen, oder? Dann mal los. Seht nicht so, als wäre hier irgendwo ein Schädel. Ein Datenpaket, wow. Ein Team auszustatten, um einen verglasten Planeten zu rehabilitieren, heißt auch, auf die extremen Bedingungen vorbereitet zu sein. Die Uniformen müssen mit der extrem niedrigen Oberflächentemperatur zurechtkommen, aber auch mit der Hitze der Bohrer. Liang Dortmund hat uns Hightech vom UNSC besorgt. Gelschicht nennt sich das. Das kommt unter die Kleidung und hält die Temperatur konstant. Klappt super. Gelschicht? Ich wollte da gerade rüberspringen. Da kann man gar nicht rüberspringen. Da kommen wir her. Ups. Na gut, gucken wir uns das Ganze mal an. Hübsche Sniper. Seht mal. Sieht aus wie eine Karte der Apogee-Station. Sie führt nach unten in den Berg. Ein Weg durch die Tür außerhalb der Minen ist markiert. Governor Sloan? Spartan Rock? Wir brauchen Zugang zu der Mine bei unserer Position. Sie glauben, dieser Soldat, den Sie suchen, ist da unten? Wohl kaum. Ich erbitte höflich um Zugang zu Ihrer Anlage. Governor. Öffne jetzt die Tür für Sie. Passen Sie da unten auf sich auf. Wird ich machen. Folgen Sie dem Chief. Vorwärts, schnell. Wird erledigt. Geschafft. Los geht's. Wenn ich das überlebe, will ich eine Gefahr zulagern. Kommst du mit? Wir bekommen Verstärkung. Yeah. Baby. Gut, Freunde. Aber bevor wir jetzt weitergehen, ich weiß, der Kampf war sehr lange, weil sehr viele Tote. Würde ich sagen, sehen wir uns einfach morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Seerottschuss.